Ich kann starten. Habe die Ehre und jetzt willkommen zum Lobby. Okay, nein. Meister, Flo, stellst du dich jetzt bitte auch mal neben Meister. Ja, Meister, ja, muss keiner sehen. Ich mach was. Oder neben mich. Warte mal, ich will in der Mitte stehen. Ja, stehen in der Mitte. Flo? Let's go. Stop. Jo, mein Lieben. Und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem lieben Meister Gamer. Und mit dem lieben Fluffix. Und wir spielen heute eine Runde. Denn wir spielen heute mit dem wundervollen Enderman Kit. Das Kit ist auf Level 1 und das ist wundervoll. Jo, da haben sie recht. Warte, was können wir jetzt mit dem Enderman Kit? Du wirfst die Enderpelle und bist direkt schon da. Das heißt, es kippt nicht diese Wurfanimation. Im Prinzip. Und mit dem Sligen brechst du es halt dann wieder ab. Ja, ich weiß, ich kenn mich ja aus hier. Stopp. Warte mal, wir haben noch keinen richtigen John Cena gemacht. Warte mal, wo ist hier ein einfacher Gamer? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Guck mal, hier ist Meister Gamer. Ich mach jetzt einen John Cena. LoL. Ich hab keine Waffe. Remus, ich sag dir. John. Achtung, Achtung, Achtung. Block 6. Hecker, Flo. High Intense. High Intense. Ich bin down. Geht der auch in ne Runde? 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 Offline. Was? Ja. In der Aufnahme. In der Aufnahme gehst du offline. Hast du gut gemacht, Flo. Wirklich, hast du gut gemacht. Ich sag, ich weiß. Ich sag dir das jetzt so, wie es ist. Ich lass das drin. Ja. Kann ich noch jemanden grüßen? Ne. Ich nehm mich John Cena. Hä? 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 Ich nehm mich John Cena. Alter, es hat geklappt. Fast. Oh mein Gott. LoL. Der Typ hat mir Schaden gegeben. Das werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Alter. Das war die... Komm runter. Wie kann ich denn sterben? Er hatte nur noch ein Herz. Das ist doch... Das geht doch nicht. Eigentlich machen alle großen YouTuber Rechtschreibfehler. Denn man schreibt nicht... Wir können einfach... Wir können einfach... Denn man schreibt nicht alles in Caps Lock. Bei mir ist der Titel immer formuliert im guten Deutsch, wie es im Duden geschrieben steht. Nur... Die Frage ist halt... Wen juckt... Ich hab jemanden den John Cena gegeben. Junge. Also Leute. Ich hab jemanden den John Cena gegeben. Bei 25 likes. F*** getötet. Ich hab jemanden den John Cena gegeben. Das war's. Das war's. Du sollst auf eurem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigst mir deine Bewertung. Schau bei Lieb Meister. Geh mal vorbei. Und auch beim Lieb Flo. Link in der Videobeschreibung. Und auch im Abspann und in der Infocard. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, mach's gut und ciao.